Gute und willkommen zu einer neuen Folge Outlast. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Hier sind noch ohne eher in den komischen Katakomben, hüpfen wir hier noch rum. Und, ey, der macht mir ja überhaupt keinen Krach. Buh, bäh, 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 bäh. Geh rein! Ja, genau. Wer singt denn da so blöd? Halt doch mal die Klappe. Ey. Kommt der jetzt da eine oder nicht? Hallo? Nein, ich bin gar nicht da runter. Ich bin gar nicht da runter. Hallo? Willst du da weiter gehen? Guck, ob der noch da ist. Hä? Wo war der denn? Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hier hin? Da liegt auch eine. Eine Batterie. Juhu. Nichtsdestotrotz komme ich hin. Ich muss da rein. So den Pfutzer. Ich muss da. Alles klar, Keule. Siehst du auch nicht mehr so frisch aus, oder? Alter, die sind alle immer so verrunselt aus. Schön lächeln. Sag. Sag. Nervenheilanstalt. Gut. Zu viel dazu. Gehen wir mal eins und weiter tiefer. Und das ärgert mich, solange ich da runtergehe, ich kann nicht gucken. Was ist denn das? Was blinkt denn da? Was schreibt denn da? Male ward, female ward. Ja. Pöööööö. Wohin? Alter. Hier sieht es ja richtig übel aus. Uiuiuiui. Uiuiui. Da ist eine Tür. Kannst du da? Uiuiui. Ein natürliches. Ist ja langweilig, wenn du aufwärst. Das geht ja nicht. Sieht nicht gut aus hier. Sieht gar nicht gut aus. Ich muss da mal in meinen Journal gucken. Vater Nachruf von Dr. Wendege. Nee, dann nicht. Ähm, Notizen. Der Doktor ist tot. Muss. Die Patienten wissen, dass Dr. Wendege tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor am lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Ja, das so. Pff. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich will ja gar nicht wissen, was Wallrider ist. Ich will hier raus. Kollegen der Nacht. Uiuiui. Mann. Kommt denn der her? Ach Gott, der. Fangen sie schon an die Dote da rumzuwerfen. Da latscht einer rum da oben. Oder ist das ein Fenster? Oder was ist das? Was liegt mit der? Was ist das denn hier? Mh. Lecker. Und da liegt aber Happy Puppy. Ach, das ist ja alles schön hier. Ach, du Scheiße. Linke Därme rum und Fuzzis da. Ich will eigentlich nicht um die Ecke gehen. Ich will nicht. Hier ist dunkel. Ich will nicht um die Ecke gehen. Ich habe keine Lust. Komm, schnell. Wieder rein. Hütter ist denn die... Wo ist denn die... Wo ist denn deine... Wo ist denn jetzt hin? Ach da. Ich gehe da runter. Komm, kriege ich. machen dunkel toll ganz toll eigentlich gar nicht um die ecke gucken ich gucke nicht um die ecke also ein bisschen klarer das war die wand so ein scheiß ich bin jetzt hier hallo mein puls ist jetzt schon wieder auf 250 alle wieder kacke in der hose und hier hoch springen jetzt geht er mal da hoch jeder mal da hoch dann kann ich verfleischte der so schon spottlich der deb ich muss aber da wahrscheinlich auch das kommt schon weiter hier das zu tolle tolle sache ich kann ja hier hoch bläde pspst wer macht da so nen krach wo muss ich eigentlich hin links oder rechts das dunkel dunkel ist schlecht das war doch da wo das vieler so rumgeführt ist oder ich bin da auch wir kann nicht hoch springen die doch da hoch man ja was jetzt Bin ich hier oben? Was mache ich jetzt hier? Ob will ich denn hin? Ich will ja aber nicht wieder da runter springen. Also ich komme jetzt von woher komme ich denn? Von da komme ich. Das ist alles dunkel. Von da komme ich. Jetzt gehe ich hier lang und dann darüber, weil da kann ich nicht weiter gehen. Dann hüpfe ich da wieder ins Wasser und was mache ich dann? Ich will einfach nicht hier. Meine Batterie ist gleich zu Ende. Ganz schnell. Komm, komm, komm. Da hängt einer. Oh. Läuft doch einer, oder? Oh nee, ich will nicht ins Wasser. Geh, geh, geh doch da hoch. Geh schnell da runter drunter durch und da so. Weg, 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 weg. Nee. Lauf. Lauf. Wohin auch immer. Scheißegal. Da geht es halt weiter. Wo ist denn? Links, rechts. Lauf. Lauf. Ich fühle mich gar nicht gut hier. Ist das eine Tür, oder was ist denn da? Hier ist gar nichts. Das ist doch scheiße. Die Musik ist lustig. Das laufe ich wahrscheinlich gerade wieder zurück, oder? Was ist das? Bin ich denn hier, sage mal? Das ist ein Müllbeudel. Ich sehe nichts. Oh, komm, ich da hoch? Nee. Ich sehe nichts. Lauf schnell, wo kommt denn die dippe hier? Lauf doch, lauufe! Geht er hoch? Warum geht er da nicht hoch? Warum geht er da nicht hoch? Ist er doof oder was? Oh nein, du blöder Fuck, du Arsch Da kann ich gerade verrückt werden Warum ist er da nicht hochgelaufen Hier, der Pfeifenkopf Nee Ich muss da lang Wirft nix So ein Scheiß Kannst du aber auch nicht schlau laufen Das ist so doof Ich geh mal Ich geh irgendwo hin I Ich geh nur hin Schnaufe! Blöde Arsch hat mich doch schon wieder erwischt. Ich muss Tabu-Spieler nicht hochkommen. Da geht es nicht hoch, siehst du? Scheiße! Er hat mich doch gleich schon wieder... ...mildes Rumgehubsen im Dunkeln, das war toll! Ha! Ha! Gäh! Nein! Scheiße! Gäh! Gäh! Der blöde Holzklops! Der Fleischklops, der blöde! Da machst du aber nichts, kommst du nicht mehr zurück? Wie komm ich denn da rüber? Muss ich dann rüberspringen? Ich muss bestimmt rüberspringen! So ein Scheiß-Drecksack hier! So ein Scheiß-Drecksack hier! Geht einfach mal gerade aus. Wir laufen mal ohne Licht rum! Dann versteht er uns nicht. Dann versteht er uns nicht. Der blöde Arsch hat mich doch gefunden! Das ist eine Spinne! Nein, 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 nein! So viel hüpf' ich mich auch noch! Geh doch da noch! Und geh da denn nicht hoch! Der leckt mich auf den Arsch her! Oh, mach jetzt! Kommt der da auch mir nach, oder nicht? Oh, mach jetzt mal! Was ist denn noch mal einer? Oh, mein Ding wird so! Komm zu! Oh, mein Herz! Boah, meine Fresse! Was ein Schock! Was ein Schock! Leute, seid mir nicht böse, aber ich muss jetzt mal einen kurzen Pause machen, das ist ja ich bin gleich wieder da macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschö